In einem weiteren Prozess wegen Staatsfolter in Syrien muss sich in Frankfurt am Main ein Arzt vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft Allah M., Folter und die vorsätzliche Tötung eines Gefangenen vor. Der 36-Jährige soll in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus und einem Gefängnis des Militärgeheimdienstes im syrischen Homs Gefangene gefoltert und ihnen schwere, körperliche sowie seelische Schäden zugefügt haben. Konkret wirft ihm die Anklage unter anderem Mord, Folter in 18 Fällen, schwere, gefährliche Körperverletzung, schwere Freiheitsberaubung sowie Freiheitsberaubung mit Todesfolge vor. M. war in Deutschland seit dem Jahr 2015 als Arzt tätig und wurde Mitte Juni 2020 festgenommen. Vor wenigen Tagen war in Koblenz der weltweit erste Prozess um Staatsfolter gegen einen früheren Mitarbeiter eines syrischen Geheimdienstes zu Ende gegangen. Das Gericht verurteilte Anwar R. zu lebenslanger Haft nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht. Demnach dürfen auch Taten verhandelt werden, die keinen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben.